Hallo, mein Name ist Martin Jernay aus Tscherberg. Wir stehen hier bei meinem Bio-Mast-Hühnerbetrieb im Auslauf. Ich habe seit 2017 den Bio-Hühner-Maststall mit 4800 Stück und wir stehen hier im Auslauf bei zwei Hektar mit der Bepflanzung von Obstbäumen, Holundersträuchern und vieles andere. Seit Heuer produzieren wir auch aus unserem Hühnerkot pelletierten Gartendünger. Er ist einfach in der Anwendung, ziemlich geruchsneutral. Man streut es ganz einfach in das Hochbeet, in den Garten, in Topfkulturen. Er ist einfach verpackt. Wir setzen da auf Nachhaltigkeit und natürlich auf unseren biologischen Gedanken.